Norddeutscher Rundfunk 2021 Ja dann kommt da jetzt C4 dran Der zieht! Oh Gott! Ich laufe noch mal so vor ihm vorbei Ja! Er sieht dich! Vorsicht! Du ist ja genug Warte Mach doch Jetzt hat er mich voll gesehen Was? Was? Schieß auf das C4! Was? Der hat's überlebt! Da hängt noch ein C4 dran! Ja ich Was? Oh Gott! Nee! Vorsicht! Ich glaub der weiß was Ich glaub der hat uns gesehen oder so Er schaut durch seinen Schafschützenwehr hierher Lass dich nicht so sehen Ja ich stehe Wenn er jetzt versucht Wenn er jetzt versucht Äh Äh Ich jagen Oh Gott der hat's überlebt! Der Scheißbastard hat das überlebt! Da sind sie alle! Da sind sie alle! Scheiße! Ich leg unten runter ein Biken! Du glaubst es nicht! Sie schießen ja alle auf die Leiche oder so Ich weiß nicht was hier abgeht Ich hab ein Biken gelegt! Jetzt können wir das sparen! Ich lebe aber noch! Scheiße! Egal! Nee das war aber schon unlogisch! Wieso zur Hölle? Hat er das scheiße 4 überlebt? Ich hab die Panzer alle auf mich aufmerksam gemacht! Die verstopfen jetzt die Brüder! Oh ja unter mir! Unter mir! Guck mal! Nein! Die wissen alle dass da jemand war Aber ich bin runter Du glaubst es mir nicht! Nein! Jetzt fährt er weg! Hier ist gerade einer die Brücke runter gesprungen! Weil er zu gierig war! Hier steht noch ein Bittesetzer-Lightning-Fahrer runter gesprungen! Guck mal! Hier rein! Der eine hat den Sonner platziert! Damit er spawnen kann! Ja! Komm hierher! Komm hierher! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Der Sonner! Der Lightning-Fahrer! Das war aber ich schon spiel! Er hat noch so gesehen wie sie weggeflogen mit So wechselnd noch so auf seine Waffe! Ich springe runter und zünde dabei während er neben seinen Lightning steht! Er lebt da oben noch! Er lebt noch! Ich flieg jetzt hoch und töte ihn einfach! Ach der fisch eh nach mir! Oh! Der kommt mit ein McRider! Der soll mal anhalten! Ich hab noch zwei CP! Der Sonner hat mich nicht gesehen! Er lebt ihn doch! Oooo! Ich kämpf gegen den Sonner! Ich schau dir nicht! Warte es euch einmal zünden, dann brennt er ja, oder? Oh, da ist einer gespon... Achtung, Spion, es kommt grad! Jetzt! Los! Was ist mit dem Sandor? Wo ist der Gletscher? Scheiße, komm weg, Alter! Scheiße! Oh, das macht schnell! Der deckt sich nicht vorbei! Der deckt sich nicht, dass... Ne, hin und ja gehen hoch! Ich kann nicht, ich hab kein Zett hier! Oh, da kommt er schon wieder, der ist gespawnt! Ich verleg mich, ich verleg mich! Halt den Typen down! Halt den Typen down! Ich verleg mich und mach C4 dran! Ja, der steigt offensichtlich in seinen Scheißgeschütz! Scheiße! Scheiße! Bitte, bitte, lad auf, lad auf, lad auf! Er ist ausgestiegen! Er hat das C4 gesehen! Ich verleg mich auch, ich weiß nicht, ob ich schnell genug schaffe... Er sieht, dass ich oben drauf bin! Flasch hat er out ungefähr! Drei, zwei, eins... Spahn! Das ist ein Blöckchen! Das ist ein Blöckchen! Das ist ein Blöckchen! Das ist ein Blöckchen! Ja, sorry! Ich hab's auf dreifach Schuss gemacht! Ja, er ist ausgerastet und gecrasht! Also, der ist runter! Wow! Der ist runtergefallen! Nein, ist er nicht! Aber da unten sind keine Trümmer oder verbrannte Überreste! Aber doch, ich hab grad nen Sniper gehört! Warte doch! Nein, den hätten wir trollen können! Warum denn? Scheiße, ich glaub der hat was gemacht! Nein, hat er nicht! Jetzt warte! Warum? Ja! Warte! Troll ihn! Troll ihn! Nee! Ja, ich tricke ich die Trümmer ab! Achtzehner und Sechser! What the hell?! Was? Alter, das direkt vor mir in den Booten gecrashed! Die Trümmer! Ja, und dann werden wir alle mit unserem Jetpack frei... Rausspringen! Raus! Oh fuck! Lebst du noch? Ja, noch! Scheiße! Ich hab noch einen Fix! Ich auch! Chevy, wie hast du das so gut überlebt? Mit 100%! Chevy kam hinten raus! Ich bin so richtig kaputt, komm lass uns runtergehen! Hart gechillt aus wie du da sitzt! Du sitzt so mit dem Zinder so schlaff hängend in einer Hand, so den anderen Arm so lässig über das Knie! Cool! Ja! So richtig schön lässig! Wir müssen so im Kreis sitzen! Kennst du was wir hier machen? Komm, wir setzen uns hier so im Kreis hin! Ja! Chris, du sagst, wenn du was hinten haben wir kommst, oder? Wer holt die Flaschen Bier? Das ist ein Harrison! Ist das ein Harrison? Auf die Straße! Auf die Straße! Lockt ihn! Lockt ihn! Jetzt! Ja! Und jetzt? Ja! Kamerat 6! Ja! Es hat geknappt! Ja! Aber ich hab keinen gekriegt! Ja! Das hab ich! Ja! Ja! Ja!